Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Bildkoordinaten, die Koordinaten des Bildpunktes berechnet. Ihr seht hier und hier, dass der Ursprung, also der Urpunkt A gegeben ist und der Vektor, mit dem der Punkt A parallel verschoben werden soll. Was fehlt, ist der Punkt A'. Und wie man diesen berechnet, das werde ich euch jetzt zeigen. Als erstes lösen wir das Ganze natürlich einmal mit der Grafik. Um den Vektor hier an dem Punkt A anzutragen, muss ich 6 Einheiten nach rechts und 3 Einheiten nach oben. Das heißt, zeichnerisch ist es ganz einfach. Hier ist der Punkt A', hier ist mein Vektor 6,3. Wie man jetzt aber diesen Punkt A' eben nicht ablesen, sondern direkt berechnen kann, dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist relativ einfach. Die x-Koordinate ist ja von meinem Punkt A, ist minus 4. Und zu dieser x-Koordinate kommen 6 Einheiten nach rechts dazu. Das heißt, plus 6 würde es in die andere Richtung gehen, müsste man es natürlich abziehen. Also minus 4 plus 6 und ich habe die Koordinate, die x-Koordinate meines Punktes A'. Das gleiche mache ich natürlich mit der y-Koordinate. Da habe ich hier 2 und es kommen hier nach oben 3 dazu. Also habe ich dann als y-Koordinate meines Punktes A', 5. 2,5 wäre die eine Möglichkeit drauf zu kommen. Das ist aber fehleranfällig, weil man häufig eben mit den Vorzeichen Fehler macht. Links, rechts, oben, unten. Deswegen gibt es eine zweite und dafür brauchen wir eine sogenannte Vektoraddition. Wir suchen uns einen Vektor aus, den wir hier noch leicht berechnen können. Das ist der Vektor 0 oder OA. Das ist der Ursprungs-Origin heißt Ursprung, Ursprungsvektor. Das heißt, dieser Vektor, der blaue und der rote hintereinander ergeben zusammen OA', diesen Vektor. Warum machen wir das? Schauen wir uns das mal beim Vektor OA an, also Ursprung zu A. Die Koordinaten dieses Vektors können wir ganz leicht aufstellen. Spitze minus Fuß bedeutet nämlich in dem Fall minus 4 minus 0, 2 minus 0. Das heißt, wenn ich den Ursprungsvektor hier verwende, von 0 nach A mit der Spitze hier, kommt ja gerade immer der Vektor raus, den ich auch hier in den Koordinaten finde. Das heißt, ich kann jetzt meine Vektorkette aufstellen. Minus 4, 2 ist ja der Ursprungsvektor. Dazu kommt der bekannte Vektor 6, 3. Und wenn ich hier diese Addition, diese Vektoraddition vornehme, kommt 2, 5 raus. Das ist mein Vektor OA'. Und ich weiß ja noch von OA, da steckt ja exakt der Vektor drin, der auch die Koordinate von A gegeben hat. Und deswegen ist das hier jetzt auch meine Koordinate A', 2, 5. Also haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir die Koordinaten berechnen. Einmal, indem wir mitdenken, plus, minus, in die richtige Richtung zu gehen. Oder wir machen eben eine Vektoraddition. Wir gehen vom Ursprung zu dem Urpunkt, dann mit dem Vektor weiter. Und das, was dann in der Vektoraddition rauskommt, ist der Ursprungsvektor zum Punkt A'. Und das sind gerade die Koordinaten von meinem Punkt A'. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.